So Freunde, der Kappe ist ja schon mal durch. Jetzt schauen wir mal, was schneller ist. Ober- oder Brötchen schmieren? Los geht's! Anzeichnen, Loch bohren, Dübel rein, anschrauben, ablenken, einrasten, Kabel rein, verschließen und fertig. Und was ist jetzt mit unserem Brötchen? Ja, das war ja total einfach. Der Gewinner ist eindeutig. Ober- Einfach, ehrlich, gut. Ober- und fertig.